und damit herzlich willkommen bei zwischen zwei bekloppten von der tankstelle wir wollen roosewell island machen das heißt wir machen jetzt noch hier die stützpunkte fertig so ist der planvorschlag und danach wird es dann wahrscheinlich nach new york gehen ja so dann würde ich sagen auf geht's mit der klassiker mit diesem nachladen stehe ich nicht links ist kontakt ja okay ich liebe es wenn ein plan funktioniert da drüben sind zwei gelbe aber ich habe die nicht im blick fällt oh sorry einmal getroffen getroffen auch getroffen nachladen ach das waren dings da kommt rechts einer kleiner weißer alter ist das dunkel ist das dunkel an dem fernseher oh mein gott ist das alter ich komme nicht weg ich glaube die ganze zeit gegen scheiß tor au 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 drecksack alter dieser peter wir wollten nur noch roosewell echt war soll das kurz einstellen grafik schon auf 15 jok Ja, alles klar. Häftig. Hä? Oh mein Gott, äh. Äh, wir müssen hier oben, ne? Ja, ich sehe es. Wollte ja noch was du gesagt haben. Ach, da haben schon wieder welche Spaß. Teillicher Kontrollpunkt in der Nähe. Alter, was geht denn hier ab, ey? Die sind mir jetzt egal, alter. Ich habe keinen Bock auf den Kontrollpunkt. Die werden ja sowieso wieder eingenommen. Hätten den Shot und weg. Tschüss, mein Freund. Drecksack. Junge. Hä? Hä? Boah. Ich hasse Vodafone. Schöwe. Willkommen in Roosevelt. Kontakt vor uns. Ich seh mal lieber nach. Alles klar. Nice. Oh mein Gott. Wann? Was ist denn mit mir? Heute los, ey. Rechts von dir, pass auf. Aaaaah. Hihihi. Hahaha. Sorry, aber das ist so witzig, ne? Hier. Ja, okay, mein... ... Freund. Hättest du mal nicht neben mir explodieren können, du Sack. Schlimm, oder? Oh, 310. Achso, das entweder ist... Ich hasse es. Okay, was soll's. Da kommen wieder welche. Echt? Okay. Der hat dich gesehen. Boah, Alter, was ist denn heute? Und ich komm von vorne. Okay, wir lassen das besser. Da kommt die Maschine, 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 Maschine. Da kommen zwei Maschinen. Ja. Und Vorsicht. Boah, braucht das Ding nachzuladen, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Äh, ich treff nicht? Ist die Reichweite so doof, oder was? Versteh ich nicht. Jetzt geht's auch. Ja, du kannst nicht. Ich höre nicht. Ich spüre nicht. Du kannst ihn nicht. Ich... Ich spüre nicht. Mach das. Gewalt. ach die krähen tschüss mein freund was die krähen ja dort ist gerade du hast gerade krähen aufgescheucht ach so auch die armen krähen das tut mir jetzt aber überhaupt nicht leid auf der insel wimmelt es nur so vor blacktask ihre teams nehmen die proben im nordwesten am besten sollten sie die westseite hochgehen und das team abfangen die schüsse wird wohl jeder hören aber mit ein wenig glück schaffen sie es bis zum team bevor sie evakuieren können die an dem fernseher und beide suchen sie draus let's go ciao kakao hasta la vista mister wie ging denn auch mal der spruch von bruce willis ähm pfoi wie fällt der jetzt echt nicht ein ok ach wie ging denn nochmal egal tschüss ja aber klar dass du dich jetzt ausgerechnet wieder bewegst wenn ich gerade dich analysiert habe mein freund ist das ein wechseln alter was du hast ein termin ja ja ein termin boom boom b tschüss 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 tschau mach es gut perfekt super gemacht oh man, meine Sniper, die brauchen Ewigkeiten zum Nachladen, ey oh, da liegt was Goldenes vor mir Moment und da Schock Money Hä, warum kann ich das nicht? Hallo 300 ach, das ist wieder so eine klasse, ey naja gut, okay irgendein Shit-Mod wieder mal hier oben, da mhm oh mein Gussi, diese blöden Mods ey, das ist, weiß ich nicht tsch, kein Wad das ist so Quatsch nutze ich eh nicht, der Mist kann weg ich habe nur die Tür schon mal geöffnet mhm, mhm, okay okay Fertigkeit Tempo, das ist aber lila, denn das kann ich gar nichts mit anfangen, okay gut ready okay ich sehe, wie das Team Proben nimmt die haben es wohl nicht wirklich eilig das ist gut für uns wer weiß, was diese Penner mit Proben der Roosevelt Quarantäne anstellen wollen Kontakt vor uns ja einer weg ich habe mich getroffen mann du bist so ein Bastard oh, nicht schon wieder die Maschine, Alter die ist platt ja, da siehs hä, ok ey, was ist das los geht doch chill, chill, chill tschüss tschüss ich habe ihn getroffen ich schwöre, ich habe ihn getroffen ich habe ihn zuerst abgeknallt bevor du abgeschossen hast ja wo das ist wieder und fliegt kann aber wahrscheinlich sein dass du zuerst geschossen hast und ich habe den langen und das war nur das hat nur das sah nur so bei mir so aus keine ahnung ist das gerade hier so dunkel an diesem fernseher ach ja falls ihr euch wundert der gute liby ist momentan für ein paar tage nicht bei sich zu hause sondern bei jemandem zu besuch deswegen also nicht wundern dass er das halt immer wieder so sagt es ist ein anderer fernseher und hieß und die baller gedöhnt so das heißt deswegen sich das alles ein bisschen dunkler als gewohnt tschüss mitten im laufen hätte ich alter geil i love it wer ist geschockt tschüss das heißt sauber auch danke halt dein maul gleich knallt alter Der Healer ist gleich platt Ja Meine Drohne geht gar nicht Nur nicht mal ausgesprochen ist Da ist ein Healer lila Scheißkerl Tschüss Tschüss Vergiss es mein Freund Du hielst keinem mehr hoch Irgendwo ist hier noch was Du holst keinen mehr hoch Ja er wollte ihn wieder hochheilen Oder wiederbeleben Was auch immer Deswegen Einzige Chance die du hast Ist hinrennen und die töten Soll ich da raus? Und hat ne feindliche Drohne im Visier Tschüss Also deine Drohne ist wie ne vasensinniger Eifer da durch Klar Ja die sind ja auch gut eigentlich Muss ich ganz ehrlich sagen Aber ich bin froh dass ich die hab Ja okay Alles klar Hör mal Könnt ihr mal aufhören Euch im Zickzack zu bewegen Ihr Drecksäcke Oh dieses Schneibergewehr Ist der letzte Mist Dreckiger Äh ey Tschüss Da kommt Da kommt Gelb 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 Ja ich sehs Hilfe Ah f*** dich doch Komm zu mir Ja mein Ding Halt mich gerade Schwere Verwundung entdeckt Autsch Das sah schmerzhaft aus Alter Dieses kackscheiß Gewehr ich brauche bessere ich brauche besseres gewähr ich brauche das scharfschüsse gewehr ist echt shit das kann nicht wahr sein ich bin da zu doof dieses scheiß ziel dinge wo ist das scheiß ding bin ich doof ach da kommen wieder welche waren sie es ja und da oben ist auch noch eins system unterbrochen bin ich blind ich bin schön ok so geht es auch der leiter wie du an der leiter hinkst du hängst du an der leiter fest hängst du immer noch an der leiter ne ich bin drin ich bin hier da läufst du ja ja ok ich sehe dich perfekt jodafon kontakt vor uns was du suche mhm ok gut da kommt nochmal ich schaste jetzt wie Das System reagiert. Sauber. Was haben wir denn hier? Okay, hier ist nichts. Kann ich nicht sagen. Das Team zieht sich zurück. Offenbar haben sie ein paar Proben hinterlassen. Klingt nach einer erstklassigen Chance, diese Proben zu zerstören. Gut. Hm. Kontakt. Ja. Maschine. Gelbe Maschine. Mein Kontakt! Nice. Job. Ist die Maschine noch da? Ja, ne? Ne. Doch, hier. Oh, scheiße, ey. Aber jetzt nicht mehr. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Ja. Gehen. Gott dammit, was ist das mit meiner Suchebene los, ey? Tango aufgespürt? Nein! Die Healer ist plat Jo Ah, ah ok Ok Okay Ok 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 Ja! Juhu! Da haben wir. Meine Güte. Wartenkampf hier. Da mach schon wieder alles kaputt. Jupp. Ich mach auch kaputt. Ähm. Putt, 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 putt. Piep, 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 piep. Tschüss. Oh, schnell. Ah. Was hätt's mich erwischt? Junge. Open the door, please. Wem ich? Oh. Kontakt. Weiß ich dich. Ja. Warte. Bin sofort bei dir. Bin hinter dir. Mhm. Wenn die denn noch da sind, die... Oh, scheiße. Junge. Ich treff heute nichts, ey. Wollt spielen. He he. L-lel. Warte. Schon wieder Mod. Was ist das? Geschick. Für was? Okay. Keine Ahnung, was das ist. Ah! Ah! Feinde! Freude! Freude! Feinde! Freude! Feinde! Feindliche Freude! Wie nennt man die auch noch? Freinde! Ha! Freude! Oh! Verstärkung? Oh! Scheiße! Hinter mir! Ernsthaft? Oh oh! Ähm... Öh! Hoppala! Schön! Die sich immer ihre Beinchen halten. Öh! Jaaa! Okay! Aua! Junge, wo läufst du hin? Mach nen Abgang! Hallo! Pass auf da! Tschüss! Ah! Da kommt ein Viech! Ich hab's gehört! Hinter dir! What? Aaaaah! No! Bist du behindert? Ich hab's gehört! Alter! Schumme! Ey! Diese Viecher sind... Aber echt... Die Viecher sind nicht ohne! Ey! Scheiße sind die Teile! Die gehen einen richtig auf... Ich liebe es. Ich liebe es! Ich liebe es. Ich liebe es... gilt halt nicht gut zu vieweden. Die... Oh ja geil Hm Hello Sind wir hier? Nö Hä? Ah hier Ja ok Pfff Pappappappapp Hat er ja schon wieder gefunden? Achso War ja klar Uuh Ja toll ich darf mich hier nicht versteh' Ok alles klar Spielen Tschüss Tschüss Wie noch ein totes Arschloch Du bist ein totes Arschloch Es ist frei Also safe Hahaha Was denn? Wie der da runtergepurzelt ist Und tschüss Blödmann Ich hab's gehört Bling hat's gemacht Und Weder I Weiss Ich Wнения Da kommt ein Hubschrauber an und er sieht nicht freundlich aus. Ach wirklich? Unfreundliche Hubschrauber auch noch? Mensch, mit was wir uns hier also umschlagen müssen, du. Bro, dein Ernst jetzt? Okay. Gelber. Okay. Der klettert nach oben. Hab dich. Ja, wo hin mit dem? Und tschüss. Holy moly. So, komm ihn jetzt raus. Mhm. Hä? schweiß ja vorsicht ja ich sehe den gelber platt ja 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 Ich seh den nicht, boh, ey. Da kommen gelbe. Oh, scheiße. Juuunge. Fuck ab, du Bro. Ciao. Tschüss. Äh, wo war's das hier noch? Wo? Ach, da kommt er hier. Ähm. Und du. Reinziele eliminiert. Offenbar haben die Task die Proben in Transportbehälter verladen. Halten Sie sie auf. Egal wie. Enttäusche. Ja, und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich deine nächste Folge. Ciao, ciao. Ciao.